Hertha-Fans, wir haben ein neues Format, GOAT. Viel Spaß mit der ersten Folge. Das beste Tor der Fußballgeschichte. Das beste Tor der Geschichte. Ich würde sagen, Zidane in der Champions League-Final. Left-Foot-Volley. Für mich? Zlatan Ibrahimovic mit dem Bicycle-Pick. Das ging in England, oder? Ja. Die beste Werbung? Ich schaue nicht so gerne Werbung, aber die Nike-Werbung von WM. Die sind mit den Cartoons. Ja, ich würde sagen, das gleiche. Das beste Getränk von Coca-Cola? Coca-Cola, Sprite, Metzumix oder Fanta? Coca-Cola. Nur normal Coke. Für mich ist Metzumix gut. Ja? Ja, ich mag es. Für mich? Die besten Cornflakes? Lion Serials. Für mich? Ich mag Coco-Pops. Die beste Pizza. Ich bin einfach einfach. Ich mag Margarita mit keinem Pinnäppel in meinem Leben. Ja. Ich spiele einfach Margarita. Manchmal mit Peperoni, aber nein. Ich halte es einfach. Ja, für mich ist es das gleiche. Salami. Margarita. Was macht allein mehr Spaß als in der Gruppe? Gute Frage. Schlafen? Alleine? Sleep. Alone. Nein. Nein. Für mich, nein. Ich war allein für zwei Monate in einem Hotel hier. Nein. Das ist nicht gut für den Kopf. Der beste Film? Für mich, ich mag... Goodfellas. Gangster Film. Oder ich mag... Batman mit dem Joker. Oh, ich mag diese Aktion. Nein? Nein. Nein. Das sind gute Filme. Vielleicht Avengers. Ich mag diese Filme auch. Aber ich habe keinen Favoriten. Welcher Film magst du? Lieber Typ? Romantische Comedy? Thriller. Thriller? Nein, für mich nicht. Favoriten Thriller? Ich habe keinen Favoriten. Ich habe nur den Film. Das wichtigste Gerät in der Küche. Das wichtigste Gerät in der Küche. Das wichtigste Gerät in der Küche. Was ist das? Oh, meine Frau. Meine Frau. Ich bin nicht so gut bei der Küche, sie ist gut. Oder ich würde sagen... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... In der Oven? Was ist das? Ja, das ist gut. Ja? Für alles. Ja. Für mich ist das gleiche. Was ist das? Du kookst? Gervin. Ja? Bestes Emoji? Ähm... Lachen, smile. Ja? Du gehst für den Lachen? Ja. Oder den Lachen? Der Lachen. Der Lachen. Der Lachen. Der Lachen. Ja? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, ich würde das gleiche. Beste Präsent von der Gasstation. Wenn du keinen Gas hast, dann Petro. Ähm... Wenn nicht... Chocolate. Eiscream. Eiscream, ja. Favourite Part in Berlin? Was ist das, Ned? Lieblingsbezirk? Bezirk. Charlottenburg. Ich bin da aufgewachsen. Das ist am schönsten. Was ist das? Ja, ich mag Charlottenburg. Ich ging nachdem... ...die historie des Wallen. Das war gut. Das war wirklich gut. Ich mag das. Und dann würde ich sagen, Charlottenburg. Was ist dein Lieblingsschule? Du hast in Deutschland P. Ja. Ich mag das. Oder ich war gut bei Matz. Me, auch. Ich mag das gleiche. Ich mag das. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, aber ich war gut bei dem. Beste Sport, außer Fußball? Beste Sport außer Fußball? Basketball. Ja. Oder E-Sport. Basketball? Ja. Ich würde... Boxing. Für mich. Ich mag das. Beste Serie? Beste Serie? Oh, Game of Thrones. Prison Break. Ja. Game of Thrones. Das ist klar. Beste. Oder wenn ich mich fühle, ich will relax. Da ist ein von Friends. Du kennst dich? Das ist gut. Das ist mein Bestes. Das ist mein Lieblingsschule. Aber Game of Thrones ist wirklich gut. Ja? Ja. Du siehst, Game of Thrones? Nein. Die beste Ice-Creme. Ich bin grundsätzlich. Ich bin grundsätzlich. Ich bin grundsätzlich. Ich mag Vanilla. Und dann, wenn ich auf der Freude... Da ist ein Ice-Creme hier. Das hat eine Strobel Cheesecake-Creme. Das wäre schön. Für mich. Schokolade. Ja. Simple. Für mich. Für mich. Genau.